Das habe ich gerade vorhin hier durch eine Bürgerinitiative, die ich natürlich unterstütze, erstmalig hier in der Mittelallee, es sperren wir mehrere Straßen, ein großer Flohmarkt von den Nachbarn dort organisiert. Am 10.10. Mittelallee um 12 bis 16 Uhr mit Bratwurst von der Feuerwehr, mit Getränke, mit Kaffee, Kuchen, cha-cha-cha. Musik auch übrigens, Musik auch. Die gleiche Gruppe, die ist noch richtig. Also alles da, kommen Sie, Ihr Kinderlein, komm mit, sag ich da. Halleluja! Tschüss!